Der neue Acer Aspire XC605 ist der kompakte Alleskönner, der durch moderne Intel Core-Prozessoren der vierten Generation sowohl für Home als auch für professionelle Aufgaben geeignet ist und durch die schmale Bauweise kaum Platz benötigt. Mit einem geringen Volumen von nur 8,5 Liter lässt sich der Acer Aspire XC605 problemlos in jedes Umfeld integrieren. Auf einem kleinen Schreibtisch, direkt neben dem Monitor oder sogar im Wohnzimmer als kompakte Medienzentrale. Durch das elegante Design mit verkromten Elementen und der mattschwarzen Frontblende in Metalloptik macht der XC605 überall eine gute Figur, vor allem neben einem edlen Bildschirm der Acer S-Serie. Trotz seiner geringen Ausmaße ist der Acer Aspire XC605 mit vielen Features und einer enormen Rechenleistung ausgestattet. Im Inneren arbeiten neueste Intel Pentium und Intel Core-Prozessoren der vierten Generation, die in den Quad-Core-Varianten selbst für multimediale Applikationen geeignet sind, die eine hohe Performance erfordern. In Kombination mit bis zu 16 GB DDR3-Arbeitsspeicher ist Multitasking auf höchstem Niveau garantiert, während dedizierte Grafikkarten der NVIDIA GeForce GT600-Serie oder AMD Radeon HD 8000-Serie für eine flüssige Wiedergabe aktueller Spiele mit höchsten Details gewährleisten. Die bis zu 2 TB großen Festplatten ermöglichen das Speichern vieler Daten und trotz seiner kompakten Bauweise ist der Acer Aspire XC605 sogar mit einem DVD-Super-Multibrenner ausgestattet. Sehr praktisch sind an der Frontblende angeordnete USB 3.0-Schnittstellen, die rasante Datentransfers mit externen Medien ermöglichen. Ausgeliefert wird der Acer Aspire Aspire XC605 mit einer passenden Maus und Tastatur, während ausgewählte Modelle sogar über Bluetooth und 300 Mbit WLAN verfügen, um Daten schnell und kabellos auszutauschen. Die Modelle sind mit FreeDOS bzw. mit dem neuesten Windows 8.1 Betriebssystem erhältlich. Und über Acer Clearfy und Acer Cloud werden Dokumente, Fotos, Musik und Videos automatisch gesichert und sind plattformübergreifend auch am eigenen Smartphone oder Tablet verfügbar. So können Sie auch unterwegs auf die eigenen Daten immer zugreifen, die Sie zu Hause an Ihrem Acer Aspire XC605 erstellt haben.